Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute für auf die ab nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel The Walking Dead Survivors. Ich werde das Spiel mal starten. Ich habe das Spiel heruntergeladen. Ich habe den Anfang ein bisschen gespielt und dann habe ich gesehen, dass ich meinen Account nicht gefunden habe. Also, wir sind hier mal wieder ganz am Anfang. Was müssen wir hier machen? Mauer renovieren. Dafür brauche ich Holz. Noch zehnmal. Okay. Okay. Perimeter secure. Sehr gut. Morgen, Kind. Oh, ja. Danke. Oh, wirklich? Das ist wie sch***. Learned die Französisch. Speaking of sch***, was die sch***? Babe! Das funktioniert. Das funktioniert. 110 Ah, da hab ich gleich Jetzt Dann muss ich mal gucken Was ist das? Ich brauch noch einen weiteren Ich glaub die nächsten greifen von Rom an war das, ne? Ah, ich hab mir vorgegeben Wo? Gut Kommt weiter hin Okay 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 Jogt euch Ich brauchte 50 Holz Jetzt Warte mal Wie will man das so Zack Verbessern Das ist Das ist Das ist Das ist kein Geld Wie kann das Juchzen Das ist Das ist Das ist Hör Das ist Lass Vielen Dank. Vielen Dank. Jawoll. Und das ist schon wieder kaputt. Damit wir gerade das Teile gemacht. Oh, schon wieder Heile. Kapitel 3. Ein frischer neuer Tag. Ach ja. 40 Holz. Und das ist... Wir machen alles nach der Reihe. Und das ist schon wieder kaputt. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Streuner. Ich dachte, die heißen Beißer. Oh, schon wieder. 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 Zwei Leute ausbilden. Kämpfer heilen. Ich glaube der Firma muss sie das erstmal erobern. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Okay. Okay. Heilen. Drei Stück heilen. Und Kapitel 4. Runde 4. Runde mit dem Lauf. Oh. Oh. Da. Das wird nicht gut gehen. Doch geschafft, hätte ich nicht gedacht. Schauen wir mal kurz, was ich hier an Nachrichten gekriegt habe. Das war der erste Sieg und der zweite Sieg, wow, nice. Und da kriegt ihr auch noch was. Ich brauche 170, ich habe 40, also ich brauche jede Menge Holz. Und der da oben arbeitet auch, schön. Wie viele Leute habe ich, zwei, die das können, ne? Ne, drei. Gut. Das läuft auch wie geschmiert. Gut. 170 habe ich voll. Ein Bauarbeiter, drei Sammler, das andere, keine Ahnung, Reiter, Schläger. Okay. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein paar Leute ausbilden. Hm, schon drei. Entschuldigung. Provings your survivors will boost your formation. Okay. Okay. Ah. Gut. Hm. Was findet ihr da raus? Durch die Wand. Und rein. Naja. Was soll man dazu sagen? Ist halt so, ne? Kann nicht jeder, aber er kann's. Gut. 250 Holz. Okay. Jetzt geht's doch ganz schnell. Hier greift die an. Ne? Hm, dann nicht. Da kleine Mädchen muss Bäume fällen. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh. Ich bin Müller. Geh die Wand. Ich bin Müller. Ich bin Müller. Ich bin Müller. Ich bin Müller. My dad is dead. Well. I can do this. Okay. Training. Ausbildung. Kapitel 5 How do you do that? How do you do that? Just sit down. I need you. Love. Hinter dem Mauern. Kapitel 5 Hinter dem Mauern. Freaks Nummer 3 Okay. There we go. Oh, I need to improve. Oh, crap. I can see. Hmm. Is there something done now? I'll handle you. Okay. Okay. I can try. Good way. Walking over. Okay. I can try. Good way. I'm hurrying. Okay. I can try. You cannot move. I can't drive. I canЬ。 Nice. Beautiful fit. No question. You but can do it. gemacht werden. Was? Was? Okay. Okay, jetzt sind Fahrt bei Einklang drinnen. Zack, hier sind wir da. Beschleunigung. Verwenden. Sieht aus wie Rick, hm? Ein bisschen älter. Sieht aus. Ja, ich habe dich. Super. Noch mal verbessern. Ah, ich habe kein Holz mehr. Sieht aus. Whatever you say, no problem. Das fehlt mir noch. Oder nicht. Dann halt nicht. Hm? Ja. 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 Sind noch dabei. Und fertig. Und fertig. Jetzt geht's los. Sieht aus. Secrets. Okay. Okay Copy to the 6 Ja Würde ich auch sagen Gut Dann würde ich mal sagen, das war's für heute Fürs Erste Kann ich mal schnell hier die Sachen alle abholen Hier nochmal ein paar Leute heilen Um genau zu sagen, eine Person Fertig Hier werden wir nochmal ein paar Leute trainieren Und hier werden wir nochmal ein paar befördern Gut Und schon wieder eine Quest fertig Ach, jetzt geht's auch los mit den Dailies Dailies freigeschalten Juhu Okay Das war's Ich werde nochmal sagen Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid Ich rühre jetzt noch schnell mein Ticket ab Bis zum nächsten Mal Viel Spaß Und auf Wiedersehen Tschüss 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 Will